Hey und herzlich willkommen in einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute spielen wir wieder eine runde Minecraft. Und immer dann, wenn ich aufnehmen muss es regnen und nachziehen. Perfekt. Also in der letzte Folge haben wir einen Axolotl gefunden. Er hat ja krisis es. Mega cool. Nehmen wir mal mit. Oder soll ich das mitnehmen? Doch, machen wir mal mit. So, wie noch ein Hör umbringen. Und dann. Wo sind wir eigentlich letztes Mal da geblieben? Ein Brötchen von Sachen. Das hat mal fertig gebraucht. Aber immer noch mega viel. Also Kupfer benutze ich dann um Sachen zu bauen. Also zum Beispiel das Dach denen. Und dann buche ich die grösste Krüfte. Kruft im Bunsch. Noch eine Kiste. Und zack. Ist viel besser. Zack. 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 Und dann kommt das auch wieder. So in der Folge war eigentlich der Plan. Was ist der Plan gewesen? Okay. Ja stimmt. Wir tun jetzt erstmal ein bisschen meine. Weil wir haben jetzt nur die 2 Dias aus dem Ding. Wie heisst es? Aus dem Dingstempel. Und dann würde ich mal sagen. Ach so Lutl. Nehmen wir es doch mal. Nehmen wir uns da. Der Rest kann auch da bleiben. Seeds auch. Das Zeug hier. Nehmen wir mal mit. Ach so Lutl. Und dann bleibst du mal da vorerst. Das bin ja glaube ich auch. Ich rufe noch irgendetwas. Holte mich mal mit. Und dann würde ich mal sagen. Jetzt gehen wir zu einer Höhle. Oder der Schluft. Neh heute. Heute gehen wir mal in die Richtung. Ups. Zu gutem. Neh. Ist noch eine gute Höhle. Ich denke nicht. Ich würde da schon mal sehen. Das ist eine Höhle. Perfekt. Pfarrl. Ich habe siebzehn. Schild. Schild. Neh. Ich tue mal da unten hin. Neh. Es ist zum Glück noch nicht das Update wo. Wo die Höhlen dann grösser sind. Weil sonst weiß ich nicht auf welcher höhere Diamante es gibt. Ich rufe noch mal mit. Die Kälte haben natürlich mit einer kaputten Eisenbezackt. Höhlen. Neh. Wolle weit. Wolle weit. Wolle weit. Wolle jetzt nicht. Einfach nicht. Oder auch nicht. Nimm. Lolleuchen. Hast du gesehen schon wie ich zum nächsten Mal. Nein spinne. Wo ist dein Spinne? Woher? 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 Junge, woher kommt der? Ach du heilige, woher kommt der Kack? 1, 2, 3, 4, 5 und 6, jetzt mal mehr, ich denke nicht. Auf wo, wo, oder zack, 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 auf hoch noch 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann zack, 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 und jetzt die Zick kaputt. Wieder einmal zeigen. Crafting, let's go. Da, 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 da. Diese, so und deine und da. Wo ist denn jetzt hier Spinnen? Das ist doch dumm, da, ist doch irgendwo Spinnen. Ich glaube. die Höhle, Kupfer, da auch nicht, schau mal, da, Isar, Kupfer, da, oh, oh, Mein Schäf, Holzproblem gelöst. Dann holen wir mal das Isar, wenn ich den Weg zurück finde, da oben, dort zeige ich den Fakten an und da ist es schon, mit 5 Isar, lecker, lecker, und da zunächst mal neue Pincakes. Sehre, was hält,AST-20, genau Dachau,apon,under, ungefähr Fakten an und Fakten, Exhafe, Lange freezing, grab 2 Omstockfahren für das Sch climat. Ich muss ja weiter runter, ich bin ja schon auf der falschen Höhe, ich mache noch ein paar Wackeln, perfekt, let's go, hier ist der Mein Schiff, hier ist er, hier ist er nicht gerade viel mehr, hallo, Gold, nehmen wir gerne mit, weil ich nicht einfach mal mit diesem Zeug tauschen, für Seelenläufer, da hinten geht's nicht weiter, ich bin immer noch zu hoch oben, aber wir können es schon mal nach meinem Chef nehmen, nichts ausser uns, da geht's weiter, so, mit dem einen Skelett, ich huste dich doch, das war ein Axolodl, nein, das ist noch irgendwo auf Axolodl, ich schaue noch nicht auf Axolodl, ich muss ja saven, ich kann nicht eine und ne, 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 Jetzt sind es zu schnell gegangen. Achtung. Ach ja. Du musst erst mal zu machen. Woll ich mal bitte. Das klappt wirklich. Einfach so. Dann blockisch. Dann blockisch. Dann noch einer. Danke. Dann blockisch. Das ist doch einfach. Das ist doch. Das ist doch. Das ist doch noch. Das ist doch noch. so ja und ein klaus Da hinten ist ein Slime-Junk, das ist halt so. Da hat Glow-Sachen einmal mit. Wenn ihr es nicht wisst, es gibt halt auch noch Glow-Squids, das sind halt einfach so Tintenfische, die leuchtet ins Tier. Mit denen kann man halt so Schilder und die Item-Frames leuchtend machen. Ich werde mir dann ein leuchtendes Item-Frame machen oder so. Oder eine bessere Idee. Jetzt haben wir zwei Axolotl, auch ein Tierkreises. Das heisst, wir haben jetzt unendlich Tierkreise Axolotls. Aber in der Hoffnung, dass wir mal diese andere Farbe finden, mache ich mir einmal einen Eimer. Zack. Und was wollte ich? Holz? Hier oben ist Holz. Ich habe immer noch keinen Blöck. So wie ich sage. Bleck. Zack. Und da oben rüber. Das. Oh. To creep. To creep. I feel like it matters. Den soll ich mal zu dir. Das war die Idee, die ich jetzt gerade habe. Und ich bin immer wüscher drauf. Scheisse. Ich hole mal zu essen. Und ich bin schon wieder gestorben. Ich chỗ kurz. Stiep doch. Oh Pesti du kecki hasti Ich geh mir noch scheiß später an So Ne bitte nicht sagst du Lotl Scheibe ich weiss nicht wo ich das Ding sehe Persefleisch wie so hat der Hassefleisch Die Wanne Dann nehm ich mir noch mit So Let's go Ich hab wieder wegsie Ich hab wieder wegsie Ich hab wieder wegsiegeladen Ich hab wieder wegsiegeladen Ich hab wieder wegsiegeladen Ich muss ein beleid Ich hab wieder wegsiegeladen Ich hab wieder wegsiegeladen Das h��ben Und ich hab noch gar nicht Ich hab noch gar nicht W Du Ich hab noch mit dir Wolle ich weiß nicht nur ich habe es nicht nur noch die 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 links der axel jahre schild 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 amara Gut, wir haben uns weg. Viel. Oh, boi. Jetzt stirbt er einfach. Danke. Ich denke schon, dass ich die Schlitter habe. Junge. Junge. Genau, ich denke den Diamanten. Den Exolotl haben wir noch. Das Wichtigste von Hause. Hier ist noch einmal ein Glowsquip gestorben. Exolotl hat es doch vielleicht noch Exolotls. Ups, ich habe noch ein bisschen abschalten. Ich habe noch ein bisschen mehr Wasser. Ich habe noch ein Schwiergack auf Kreber. Hey. Hier ist es auch. Ich habe noch ein Schlitter in der Schlitter. ấy Ich habe noch einmal ein Schlitter in der Schlitter, Ich habe noch ein Schlitter in der Schlitter. Ich habe schon etwas zu gelten, ich habe noch das Schreck zum Club, Es ist alles gut. Es ist alles gut, es ist alles gut. super Wie viel Glück kann man denn bitte haben? Jaaa, heilige Essen, und da 17 Melonen, und da, und da, und da, und da, und da langt's. Das ist mir jetzt putzen ernst. Junge, wie viel Pech kann man denn bitte haben? Ich muss jetzt auch noch... Und wieder weg. Ey, ich hab noch Handig geschlafen. Warum, mein Mami? Jaaa. So, wenn ich hier Dinge tüge. Das Ding so... Wie heisst die Töne? Wie heisst die Töne? Da, da, da. Da, 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 da. Und noch... Da, 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 da. Ich muss da vorne hochgehen. Hebe da, da. Und jetzt, das Schlitte hat mich da hochgegeben. Ey, ich hätte mein Glück gesagt. Ich muss da hoch, das hinlöse, wir sitzen. So, jetzt, da bin ich wohl. Da, hast du gekoste, da bin ich auch ge energiert. Da ist die Geschichte, das Zeug, gut, Dann wieder alles, was ich vorher nicht schon verloren hatte. Das wichtigste. Hexalutel und Diamant. Gut, jetzt geht's gut. Jesus Gott. Auf. So weiter. Erdbeer weiter. Da kann ich den Sprung nicht verkacken. Schön. Und dann natürlich eine Spinne. Zack. Ein Target. Da geht's. Da nicht. Da auch eine. Jetzt habe ich keine Kohle. Oh, das ist gut. Da ist gut. Ich hatte genau wissen, dass ich mich hier vom Männer werde. Ich weiß nicht, dass es war. Ein, zwei, drei Tote. Einmal drüben. Einmal drüben. Einmal drüben. Einmal drüben. Ach du meine Güte. Viel zu für mich. Oh. 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 Ich halbob venividrio. Oh. 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 ein diamant groß ist heute glaubt euch schon wieder zu fehlen und noch ein axolotl und die doch herrn einmal jetzt go pink sagt ja leute sie leute siehst die leute sich leute ist interessant da ein paar gloves quits ich habe jetzt schon einen kohlen thun kohle kohle ton anscheinend hatten wir Glück hier ist ein slime junk mal schauen ob wir aus dem etwas bauen können dass hier mehr slime schweben es braunet jetzt habe ich keinen freien eimer was soll ich es riskieren nicht irgendwann denn mit dem ich würde mich absoluten umbringen wo war komm zurück komm zurück komm zurück komm zurück oi 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 das ist mir zu viel für heute jetzt nochmal die lava und dann geht alles weg ne ne ach du heilige das ist schon wieder viel zu viel für mich das ist mir zu viel für mich ich bin gespannt haben wir es überhaupt ach schon gleich zwei uuff wir haben heute alles steinborn steinschaft gefunden leuchtdinkenleutel neymetöchtdiger zwarkslotl ach Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ich mache Steine. Ich glaube nicht irgendwie da raus aus der Höhle. Jetzt schon zu viele. An dieser Stelle bin ich auch mal raus. So, dreimal gestorben dieser Folge. Dreimal zu viele. Ich habe die Höhle fast nicht gefunden. Ich finde die Achselotel, die spawnt wären. Ui. Wie ausgerastet. Immer eine schöne Höhle haben wir da. Wo alles unter Wasser steht. Rest in Peace. An der Achselotel, die da vorne gestorben ist. Hier ist eine. Dann fährst du ins Text. Dann gehe ich wieder hoch. Jetzt sage ich, oh. Was weiß nicht. Ich gehe wieder hoch. Ich habe eine Stunde. Okay. aber es geht nur mit einem anderen hier, kommt nicht bock da raus da liegt damit die weiß und der scheiß höhle ist es ist einfach zu viel, einfach zu viel jetzt erstmal der axolotl, der andere 2, die intervieser grau, zu dir, sagen wir es bald dir die kann da rein, das an, das an, das an, wie die kann man rausnehmen Zwei mal gestorben geht ja gar nicht. Ich fische da noch drauf, einmal noch schlafen, du darfst zu weit weg. Ja, ich glaube das war es mit dieser Folge, den Plug aktivieren und den Like nicht vergessen. Schreibt mal in die Kommentare die unnötigste Tod von euch in Minecraft. Weil ich bin jetzt zum ersten mal dreimal einer von gestorben, gestorben. Und ich werde sagen, das war es. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.